Kein liebes Happy End für Flavio Briatore Nach neun Jahren, Ehe aus bei Heidi Klum Sex Flavio Briatore Nun sollen sie sich getrennt haben sogar von Scheidung ist die Rede. Über das Beziehungsaus berichtet BILD Laut eines Insiders seien auch schon die Details der Trennung geregelt, Flavios noch Ehefrau wolle in Monte Carlo ein Apartment in der Nähe ihres Ex-Mannes beziehen – außerdem soll sie die Wohnung in Rom behalten. Weitere Einzelheiten, die Bikini-Schönheit erhalte in Zukunft, laut der Quelle, monatliche Schecks und Aktien. Und haben einen Sohn zusammen – den siebenjährigen Nathan. Vor seiner Ehe mit hatte der Ex-Formel-1-Boss einige Beziehungen mit bekannten Topmodels. So war er unter anderem mit Nami Kampel, 47, und mit Leeret. Zusammen mit der deutschen Laufsteckschönheit hat er außerdem eine Tochter. Mit keiner Promi-Dame war es für die Ewigkeit anscheinend auch nicht mit der Mutter seines Sohnes. Das Paar selbst hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Glaubt ihr, dass sie wirklich getrennt sind? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab. Sprecherich Sprecherich Sprecherich